In 80 Tagen um die Welt war gestern. Heute muss das schneller gehen, wenn der globale Handel erblühen soll. Die transkontinentale Eisenbahn ist schön und gut, aber für die beständig wachsenden Bedürfnisse und die großen Mengen von Transportgütern viel zu ineffizient. Doch es gibt ein Projekt, das Abhilfe verspricht. Ein Schiffskanal, der die Ozeane im Osten und im Westen verbindet. Auf diesem Wege lassen sich große Mengen an Fracht ganz einfach und bequem transportieren. Wer diesen Kanal kontrolliert, kontrolliert den globalen Handel und damit die ganze Welt. Das 20. Jahrhundert ist jung und das Klima tropisch. Die Franzosen haben ihr Projekt am Rio Chagres gehörig in den Sand oder besser in den Sumpf gesetzt. Ihre Kassen sind leer und eine mysteriöse Krankheit hat tausende von Arbeitern dahin gerafft. Das ist die Chance für unsere großartige Nation. Der Bau des Kanals erfordert reichlich logistisches Geschick. Der Schutt, der beim Ausheben des Kanals anfällt, muss abtransportiert werden. Und die Arbeiter sollen möglichst gesund und wohlgenährt bleiben, damit die Sache so schnell wie nur möglich vorangeht. Helfen wir mit beim Bau dieses Jahrhundertprojekts. Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu Transport Fever bei der dritten Kampagne mit dem Panama-Kanal. Das hört sich schon mal interessant an, hier einen Kanal zu bauen. Mal sehen, was da alles auf uns zukommt. Zunächst einmal müssen die Arbeiter versorgt werden, die wir von den Inseln in der Nähe hierher gelockt haben. Sie benötigen Holz, um sich eine primitive Unterkunft zu zimmern und ausreichend Nahrung, damit sie nicht gleich schlapp machen. Einige von ihnen wirken ziemlich kränklich. Ja, unsere erste Mission. Beliefere das Zentrallager von Kolon mit den geforderten Ressourcen. Und noch als kleinen Tipp. Einige Spezialgebäude akzeptieren auch nach Beendigung der Aufgabe Güter. Sie weiterzubeliefern, stellt somit eine gute Einnahmequelle dar. Ja, dann gucken wir doch mal, wo das Zentrallager ist von Kolon. Dann zoomen wir da nochmal hin. Die brauchen Baumstämme und Getreide. Und von beiden jeweils 16 Einheiten. Wir sind im Jahr 1904. Es geht also von Kampagne zu Kampagne. Schreiten wir in der Zeit immer weiter voran. Das heißt, wir haben schon zu Beginn bessere Fahrzeuge. Und wir starten mit 7,5 Millionen. Da können wir ja mal ordentlich bauen. Schauen wir uns einmal an mit der Bevölkerung. Wir haben drei Städte. Panama mit über 900 Menschen in der Stadt. Und Kolon mit 857. Gamboa ist weit abgeschlagen. Mal gucken, wo die Städte hier so liegen. Eine große Map. Panama hier ganz unten. Kolon ganz oben. Hier dann der Panama-Kanal. Der aber hier nicht verbunden ist. Mit der anderen Seite. Und hier im rot markierten Bereich sollen wir dann wohl... Ja, die Ausgrabungen starten. Mal sehen, was das alles kostet. Ja, was haben wir noch? Hier ist nur Wasser. Hier haben wir... ...einen Steinbruch. Wo wir Steine herkriegen. Dann... ...ist hier eine Fabrik, die benötigt Steinen. Und... ...und hier werden auch Steine benötigt. Wozu das Ganze? Müssen wir mal gucken. Vielleicht wird ja hier... ...die Steine für den Bau des... ...des Kanals benötigt. Hier können wir... ...Bretter hinliefern. Und hier gibt es die Baumstämme. Baumstämme werden hier hinten... ...bretter umgewandelt. Und hier auch noch mal... ...Bedarf an Steinen. Genauso wie hier. Hier oben gibt es noch mal Bretter. Wo wir die hinbringen können. Und eine Farm, wo wir Getreide bekommen. Und wir sollen ja Getreide... ...hier hinbringen. Und dann fangen wir damit doch mal... ...ganz locker flockig an. Wir starten... ...bauen wir eine kleine LKW-Station. Bauen wir eine kleine LKW-Station. Bauen wir die ganz nah ran, damit die Waren immer... ...schnell hierher geschafft werden können. Dann fehlt uns ein Depot. Das können wir auch hier hinten hinbauen. Oder auch nicht. Dann machen wir es hier jetzt... ...gleich neben der Station hin. So. Dann bauen wir hier noch eine Station. Ja, die ist im Einzugsbereich... ...hier von der Fabrik. Dann erstellen wir eine neue Linie. So, ich sage ja immer... ...zuerst da, wo er abholen soll... ...und dann, wo er hinbringen soll. Aber dann fahren die hier immer falsch rum. Mal sehen, ob es... ...wenn man das andersrum macht... ...ob die dann richtig anfangen. Das ist jetzt nur mal ein Versuch. So, und das ist die Getreidelinie. Das wäre das. So, dann brauchen wir die ersten Fahrzeuge. Und da gibt es schon den Dampflastwagen. Da kostet zwar 30 km. Hat aber eine Kapazität von 6 km. Und eine Geschwindigkeit von 25 km. Da kaufen wir erst mal nur einen. Bis die Produktion hier gestiegen ist. Das dauert ja ein Weilchen. Das wäre das Getreide. Wir können jetzt noch auf Pause bleiben. Um einmal zu gucken, wie wir jetzt... ...den Bedarf an Baumstämmen da jetzt stillen können. Die kriegen wir hier. Dann bauen wir hier auch... ...ne LKW-Station. ...und bauen wir die mal auf die andere Seite. So nah an die Straße und an... ...in unseren Wald hier. Damit die Wege möglichst kurz sind. Dann auch hier ein Depot. So. Und dann machen wir noch eine neue Linie. Dann machen wir auch erst andersrum. Erst da, wo wir hinwollen. ...und das sind dann die Baumstämme. Und das sind dann die Baumstämme. Auch da kaufen wir uns... ...einen Dampflastwagen... ...für die Baumstämme. Jetzt können wir schon mal starten. Ja, der fährt richtig rum. Und der fährt auch richtig rum. Ja, also... ...hat das was gebracht. Also als erst... ...wenn man will, dass er hier als erstes hinfährt... ...dann muss man den als zweites in der Linie angeben. Gut zu wissen. So, den Dampflastwagen haben wir ja noch gar nicht gesehen. Jetzt schauen wir uns den mal an hier. ...im Stehen... ...fährt er jetzt hier... ...unser erster Wagen hier... ...mit Dampf angetrieben. Schade, dass hier keine Dampfwolken rauskommen. So, jetzt müssen sie ja... ...gesehen haben, jetzt wollte jemand... ...hier was abholen. Also... ...schickt da jetzt mal was hin. Dasselbe ist hier mit den Baumstämmen. Erstmal wird ein bisschen auf... ...auf Lager produziert. Damit die immer so einen Vorrat haben. Das ist unsere erste Aufgabe. Getreide und Baumstämme. Dann machen wir auch erstmal nichts anderes. Ich schätze mal hier die ganzen Orte, wo man nachher Bretter und Steine hinbringen muss. Dass da wohl noch irgendwelche Missionen sind. Ein hochdekorierter Doktor hat herausgefunden, warum die Arbeiter dauernd krank werden. Die Mückenplage ist Schuld an der Ausbreitung des Gelbfiebers, das die Leute dahin rafft. Wir sollten die Tümpel trocken legen, in denen sich die verseuchten Mücken wie wild vermehren. Solange das Problem nicht beseitigt ist, müssen wir mit erhöhten Kosten rechnen, da wir laufend neue, unerfahrene Arbeiter importieren müssen. Kaum rede ich davon und dann gibt es hier die Mission, Sümpfe trockenzulegen. Mithilfe von Brettern. Alles klar, dann machen wir mal Pause und dann gucken wir doch mal. Aus Swamp 1. Mal gucken, das ist da. Die wollen Bretter haben. Die sind hier ganz unten, die sind schon ans Straßennetz angeschlossen. Bretter kriegen wir zum Beispiel hier. Müssen wir hier noch eine Station hinbauen. Damit wir da die Baumstämme hinbringen können. Die dann in Bretter umgewandelt werden. Machen wir einmal so. Dann machen wir einmal eine neue Linie, wenn wir natürlich erstmal da auch eine Station hin gebaut haben. Ja, warum ist hier noch so eine Straße? Nicht, dass wir hier noch irgendwas hinbauen. Machen wir das mal ein bisschen weiter weg hier. Irgendwie so. Dann können wir jetzt eine neue Linie machen. Und das geht dann zu Sumpf 1. Neue Linie. Machen wir wieder da, wo wir als letztes hinfahren wollen. Als erstes. Sumpf 1. Bretter Lieferung. So, die ersten zwei Baumstämme sind da. Dann können wir einmal sagen, der soll wenden. Mit der Getreidelieferung. Der ist schon auf dem Rückweg. Jawohl. Dann brauchen wir aber auch noch. Ein Fahrzeug, was er dann Baumstämme hier hinbringt. Oder machen wir die Linie sogar gleich komplett durchgehend. Ja, das ist, glaube ich, besser. Ja, das ist besser. Wir machen das anders. So, so und so. Mal gucken bei 3, wo er dann als erstes hinfährt. Dann gucken wir jetzt mal, wenn die ersten sechs Baumstämme da sind. Wir können jetzt schon mal ein Fahrzeug kaufen. Ein Dampflastwagen. Der hat nämlich Kapazität für sechs Einheiten. Wir können jetzt schon mal losfahren. Losfahren. Fünf Stück sind schon hier. Bis er da ist, ist der sechste da. Und er fährt tatsächlich jetzt rechts rum. Sehr gut. Und da kommt der sechste Baumstamm. Wenn die sehen, dass die gleich abgeholt werden, dann steigt die Produktion. So, warum hat er jetzt nichts aufgeladen? Ach, Baumstämme. Der, wahrscheinlich kann er keine Baumstämme laden. Das wäre ja ganz blöd jetzt. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Ja, das war jetzt sehr, sehr blöd. Der kann gar keine Baumstämme transportieren. Ja, wieder ganz toll gemacht hier. Da freut man sich endlich mal einen Dampflastwagen zu haben und dann guckt man nicht, ob er Bretter überhaupt transportieren kann. So geht das. Dann weisen wir die Wagen der Getreidelinie zu. Sowohl den als auch den. Mal sehen, ob er gleich gewendet. Ne, noch nicht. Dann auf ein neues. Gucken wir nochmal. Der Dampflastwagen. Nö, der kann auch eigentlich Baumstämme transportieren. Der Doktor ist auf eine hochinteressante Spezies gestoßen, die noch kein Mensch zuvor gesehen haben soll. Der Panama Goldfrosch. Allerdings besteht die Gefahr, dass das seltene Tierchen schon bald ausstirbt, wenn wir seinen Lebensraum planieren. Der Doktor meint, das wäre sehr bedauerlich. Je mehr Schaden wir in den Gebieten anrichten, desto schneller sinkt die Überlebenschance des Goldfrosches. Durch Aufforstung können wir dem Effekt entgegenwirken. Jetzt gibt es noch einen Goldfrosch. Okay, das sind Habitate. Die sind auf der Karte grün markiert. Da sollen wir die Vegetation verschonen. Und wenn wir neue Bäume pflanzen, erhöhen wir die Überlebenschance. Wenn wir so 80% erreichen, sollte das ausreichen. Jetzt müssen wir uns also auch noch um aussterbende Spezies zu retten. Aber jetzt frage ich mich erstmal, warum hier die Baumstämme nicht genommen wurden. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. So, Getreide ist auf jeden Fall drauf hier. Das funktioniert. Können wir einmal mitfahren. Rein in die Stadt. Hochschule. Großschule. So, jetzt Liberal. 8k hat die fahrt gebracht nicht gerade viel aber ja hier warten jetzt schon einige getreide mal gucken die anderen sind ja jetzt schon unterwegs hier muss ich aber noch mal anhalten warum hat das jetzt hier nicht funktioniert mit den baumstämmen muss ich noch mal einkaufen so sumpf 1 bretter oder wir machen überhaupt erstmal baumstämme machen erstmal baumstämme normale baumstämme so baumstämme kann er liefern laut der liste zehn baumstämme sind an dieser alte stelle jetzt schon auf lager produktion auf 100 hört die hauen also ganz schöne rein hier ja jetzt werden die baumstämme aufgeladen um das eben gerade nicht funktioniert hat wo das war die andere linie mit der kombination baumstamm zu bretter und dann hier zum sumpf das war immer noch große produktion jetzt müsste ja mal gleich das lager wieder steigen 21 getreide warten hier schon fängt schon mal ganz interessant an diese mission hier die dritte kampagne und schauen wir mal in der nächsten folge wo wir jetzt was machen um hier schneller voranzukommen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss ihn